Ist das gefixt, oder nicht? Aber das ist immer so, Leute. Die FPS sollten jetzt in den nächsten 5 Minuten auf 120 oder so gehen. Das wird jetzt ganz krass droppen. Sobald Minions spawnen und so, das kann ja eigentlich nicht sein. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Jetzt muss ich noch ein bisschen. Ich muss noch ein bisschen Zeit gehen. Ich hab' das schon mal gehalten. Ich hab' das schon mal gehalten. Zeit, um einen neuen Freund zu finden. Wir gehen mit ihm. hab ich dir nicht wenn ich kann die auch kämpfen auch kein unterschieden ich sollte eigentlich bei 243 ich habe 42 schon sie sind wir schon drunter ist es war kein sinn ich habe 104 sie drin okay ich gehe auch wirst du drunter aber jemand bei folgenden schauen ich glaube er hat dieselben einstellungen und bei ob es bei ihm halt runter geht oder nicht ich glaube bei den anderen ist der fb sind die sind die fps relativ stabil bei 144 dann also ist bei mir zu hause eigentlich ich habe auch 135 bis 144 ich bin auch 120 gekommen wenn ich mache wenn sechs cracks bauen sind nicht mehr 120 ja also dann haben wir also definitiv ein problem und es ist nicht ein gefühl ding oder schon das ist nicht nur mein gefühl pc menschen für vier tagen und in dem teamfeld komme ich auf 100 oder so relativ weit kassels geht glaube ich auch mal auf 80 oder so und so und jetzt oder Ich kann mal kurz gucken, was passiert, wenn ich angecappt habe. Also kommen wir auch mal drüber, ne? Aber hauptsächlich eher nicht. AD ist Jungle Gap. Okay, wir haben die ganze Wolf nicht genommen. Für den Scheiß. Was ist der? Was ist der? Was ist der? Ganz genau. Was ist der? 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 Leider kein Solo-Volo. Leute, ich werde in dem Game keine, also keine Tipps annehmen können. I'm sorry. Ich bin jetzt leider ein bisschen beschäftigt, also mit dem Game. Weil ich sehe hier sehr viele Leute, die während des Games jetzt noch Tipps geben. Aber, gebt euch das mal auf. Warum wird dieser Ocean Dragon gepinkt? Was soll das? Enemies perma pushing. Was hat das mit dem Ocean Dragon zu tun? Oh, oh, oh. Was hat das mit dem? Was hat das mit dem? Was hat das mit dem? Ich wollte noch jumpen. Ich hab nicht erwartet, dass er den Dragon noch stealen möchte. Oh, die sind alle tot. Just wait for us. You should stop chat. All you say is shit. ATF. Aber es ist halt einfach wahr. Oder komm, Mehrringdamm. Es ist halt einfach wahr. Er sagt einfach so viel Kacke. Alles, was er sagt, ist einfach nur unnötig. Hey, warum kratzen wir noch ein Ton? Oh, das ist einfach wahr. Kann er nicht killen? Die hat ein Disgusting-Chatter. Weiß nicht, ob sie mich kennen kann. Aber sie kommt nicht. Wo ist Meringdam? Da ist der Typ irgendwie... Mental okay. Oh, shit. Oh, we got it. Das ist ein Watsu-Ger. Imagine, du bist ein Arcadi-Ult. Das ist der Kerl, der mich letzte Runde durchgeflamt hat und irgendwann angefangen hat zu trollen. Oh mein Gott, das fühlt so gut. Lol. Wir fallen in den ganzen Bothorn? Gute Runde. An enemy has been slain. Ready to read. Inverse, nicht, und ich bleibe. nein jetzt schon zwei objekte gespielt wir play to him der baum also ich kann es sehr easy spielen wenn ihr klein dabei ist aber er soll die war noch da das objekte ziele nicht mehr das ist dann Okay, mit so. Da der gut FUCK Das ist zu macha Wupsala ich denke auf dass es reicht hat nicht gereicht leider können sie erstmals in den stark ich war auch diese boots wegen es nur wegen es fach das geht Das war Blood-Brushen. Wir nehmen uns weniger Juggeln mal den. Ding wie? Die Base? so Oh mein Gott Ich hab meinen Auto geintet Ich hab echt schon meinen Auto geintet, Leute Fuck Und ich hab den Raptor nicht bekommen Wieso ist der so stark der Graves? Finde ich blöd? Finde ich actually blöd? Wie kann der so stark sein? War ich nicht in die 10 Lad? Alter Hopping was es ist Wir werden den ganzen vornehmen. Do you really want to... Never live. Position for ambush. Do you really want to live forever? Was ist das, was ist das? Was ist das? Wir sollten aufhören mit den anderen zu spielen, kein Scherz. Ich werde permanent reingegreavt. Die laufen halt einfach nach vorne. Wenn ich flanken will. Das heißt, die X-Eye läuft natürlich einfach nach hinten. Dann ist sie in Terror-Range. Kann Yumi XP denn in Dramatrix keine XP? Alter. Oh mein Gott. Wie kann denn der bitte chitten? Wer... Wer... Jetzt mal ehrlich. Der Arme. Der weiß wer ich bin und labert so ne dumme Scheiße. Der muss schon wirklich sehr bescheuert sein. Der muss schon wirklich sehr bescheuert sein. Was macht der Gragas? Was macht der Gragas? Alter! Meine Augen! Das alles kämen gleich, sieben Sekunden. Hmph! Das ist hart Leute, das ist echt hart. Das ist hart. Auf Hilfe, ich hab keine Ult hier. Sie kommt einfach nicht. Na gut. Ey, die hat das gar nicht... Die hat das legit nicht gesehen! Alter. Soll ich das echt tun. Ich hab schon wieder so eine Runde, wo ich einfach alleine bin. Oh mein fucking Gott, ey. Oh mein Gott ist doch mal. Oh mein Gott ist doch mal. Ich brauche eine Person, ich brauche eine Person, die mit mir spielt, eine einzige Person, die diese scheiß Akali killt, jedes Mal, wenn ich sie ganke, weil sie lebt mit einem Leben, aber keiner flinkt, weil wir immer nur alleine sind, leider, alle anderen sind schon irgendwie nicht mehr mitspielen, das ist nicht so einfach, dann die zu killen, ne, weil sie kann immer wegulten. Das macht das Ganze nicht so easy. Alter. Okay, kommen wir doch zu mir. Okay. Let's go. No, bitte. Please, Snash. Bitte, kommt mit, wir können extra Skankupen, das geht. Oder auch nicht. I mean, wir hätten aber nicht nehmen sollen. Wir hätten aber nicht nehmen sollen. I cannot believe it. Das ist ein bisschen zu mir. Ach, ich werde das nicht mal schreiben. Das ist unnötig. Hast du Nesh? Hast du fucking Nesh? Alter! Ich kann's. Ich kann's. Vielleicht soll ich das doch mitmachen. Ich kann's. 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 Zu viel Zeit für dieses Game. Oh my lord Ja, ist es geschloss. 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 Ja, ist 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 geschloss. auch nur nervig und nicht lustvoll da war ein Sol den 9 ein bisschen Mana Warum Bluboff? Ich würde den aber für mich selber. Da gibt es keinen Ausweg. Diesmal sollte ich den Dive easy schaffen, oder? Ich werde es laut dir wehen, oder? Meine Kitty ist weg. Alter, was ein Scheiß-Game, ey. Ich kriege zu viel, voller Liga. Ich kriege zu viel. BG. Einfach nur BG. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.